Ja, Herr Söder, der Masterplan von Horst Seehofer hat eine Regierungskrise ausgelöst, aber eigentlich weiß ja keiner so richtig, was drinsteht. Konnten Sie denn schon den Plan lesen? Ich habe ihn nicht genau gelesen, aber ich weiß von ihm selber natürlich, was die wesentlichen Punkte sind. Das heißt, Sie haben dem Masterplan im CSU-Parteiverstand zugestimmt, ohne alle Punkte haargenau zu kennen. Der Grundsatzbeschluss, den wir gefasst haben, umfasst ja die Eckpunkte. Es geht ja bei sowas nicht um das Komma, das beschlossen wird, sondern um die Quintessenz. Und die Quintessenz ist ja zum Beispiel bei der Zurückweisung an der Grenze, das ist ja der umstrittene Punkt, offenkundig für einige, in dem nichts anderes bedeutet, als die Wiederherstellung deutschen und internationalen Rechts. Denn es ist ja geradezu absurde Situation, dass jemand, der ein Einreiseverbot hat nach Deutschland, weil hier ein Verfahren abgeschlossen wurde und weil er vielleicht sogar eine Straftat begangen wird und eigentlich müssten die Behörden an der Grenze eine Zurückweisung vornehmen, haben es bislang nicht getan. Insofern ist der Kernpunkt, um den es da geht, der ist nicht nur bekannt, sondern der ist auch wichtig zur Entscheidung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich glauben Sie doch gar nicht mehr an eine europäische Lösung in der Asylpolitik, oder? Mal ganz ehrlich, ich bin immer ehrlich, sonst würde ich so ein Interview auch nicht machen. Ich glaube, dass europäische Lösungen gut und notwendig sind. Aber man sieht allein die letzten Stunden in der Vorbereitung des Arbeitstreffens am Sonntag, wie kompliziert, wie schwierig und wie diffizil es scheint, dass man eine einheitliche europäische Lösung bringt. Ich will das aber abwarten, weil es da jetzt nichts bringt, das ständig vorher zu bewerten oder auch unter Druck zu setzen. Aber klar ist, seit drei Jahren haben wir keine einheitliche europäische Lösung. Der Grund liegt übrigens auch daran, dass Deutschland damals eine einseitige nationale Maßnahme getroffen hat. Dabei meine ich nicht das einmalige Öffnen der Grenze, um die humanitäre Situation in Ungarn zu lösen, sondern das dauerhafte Offenhalten der Grenzen. Das hat ja einen enormen Sog auch zusätzlich ausgelöst. Und jetzt geht es eben einfach darum, dass, wenn wir einmal nur national entschieden haben, damals keine europäische Lösung möglich ist, jetzt glaube ich einfach, dass es notwendig ist, dass Deutschland einen Akzent setzt und sagt, was sie wollen und was auch die Position ist. Und deswegen glauben wir, dass eine Entscheidung der Zurückweisung der Grenze in diesen beiden speziellen Fallen, wo Einreiseverbot ist und wo schon einmal ein Asylantrag in einem anderen europäischen Land gestellt wurde, dass das einfach zwingend notwendig ist. Jetzt noch kurz zu den Landtagswahlen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz wird zur Schlusskundgebung nach München kommen. Ist denn Angela Merkel im bayerischen Wahlkampf unerwünscht? Also die Wahlkampfplanung exakt macht der Generalsekretär und die Landesleitung. Als Ministerpräsident bin ich sozusagen eingebunden, aber die Entscheidungen darüber treffen an sich andere. Aber es war von mir auch in der Tat ein Wunsch, dass ich die Schlusskundgebung mit dem Sebastian mache. Letztes Jahr war ja die Bundeskanzlerin viel da und ich glaube, in dem Jahr ist es ein sehr guter Akzent, insbesondere weil Bayern und Österreich in der Frage der Flüchtlingspolitik doch eine sehr einheitliche Position haben. Ich denke, das ist auch ein neuer Schwung, der dadurch ergeben wird. Aufmerksamkeit. Ich danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020